herzlich willkommen zum dritten level von mekorama und hier ist das hier ganz unten das heißt wir laufen jetzt erst mal hier rein irgendwie und dann gucken wir mal wo der hiopai rauskommt ob wir den hier hin klicken können ob der dahin läuft genau und dann ziehen wir das ding hoch setzen den auf den klotz drauf und den klotz runter jetzt muss ich mal gucken wo wir rauskommen also der muss auf jeden fall hier einmal durchlaufen das heißt wir setzen den hier hin das funktioniert nehmen den blog rüber setzen den da drauf und dann sollten wir eigentlich wenn wir den blog jetzt hier überziehen bis nach unten laufen können und dann sind wir auch schon im ziel das war level drei bis zum vierten level schau